Guck mal hier, ich trage eine Brille. Aber seht ihr auch, dass mir diese Brille gerade Untertitel einblendet, weil gerade jemand auf Chinesisch mit mir spricht? Also ganz ehrlich, man erkennt doch wirklich nicht auf den ersten Blick, dass das hier Smart Glasses sind, oder? Ich mein, erinnert ihr euch noch an Google Glasses? Da hat Google vor über zehn Jahren mal versucht, smarte Brillen auf den Markt zu bringen. Wirklich erfolgreich waren die nicht, aber es gab eine Riesendebatte über Glassholes, die einfach in der Gegend rumfilmen, ohne dass andere was davon mitbekommen. Dann kam 2023 das Modell von Meta und Ray-Ban, kennt ihr ja vielleicht, das war in Deutschland überraschend erfolgreich und das obwohl es kein Display gibt und vor allem in Deutschland die KI-Funktionen gar nicht verfügbar sind. Ja, und vermutlich ausgelöst durch diesen Erfolg gibt es jetzt auf einmal ganz viele solcher Brillen. Ich habe fünf davon ausprobiert, einige auf der CES in Las Vegas und eine auch in Deutschland, die Even Realities könnt ihr sogar schon ganz normal beim Optiker kaufen. Und jetzt, wo ich die alle so aufhatte, das ist definitiv eine interessante Produktkategorie und vor allem die Teile funktionieren und werden in den nächsten Monaten alle in den Verkauf gehen. Das heißt halt auch, dass da bald einige Menschen mit rumlaufen werden und deswegen schauen wir uns in dem Video nicht nur an, was diese Technik eigentlich für Smart Glasses Träger selbst bedeutet, sondern auch für alle anderen drumherum. Also was sieht jemand, der mir gegenüber mit so einer Brille sitzt und kann der mich damit jetzt die ganze Zeit filmen. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Vor zehn Jahren haben alle noch über Datenschutz bei Google Glass gesprochen und auch heute ist das Thema noch relevant. Die Frage nach der Privatsphäre und dem Schutz der eigenen Daten wird immer wichtiger und genau hier kommt Incogni ins Spiel. Die sponsern nämlich dieses Video. Ja, und Incogni, das ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Fängen von Daten Händlern befreit. Ja, es gibt leider hunderte von diesen Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Servereinbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Ihr kennt das ja vielleicht, euch ruft eine unbekannte Nummer an und ihr denkt, ah, könnte ja was Wichtiges sein und dann soll euch doch nur wieder irgendein Quatsch angedreht werden. Oder ihr bekommt korrekt an eure Namen adressierte Mails, die aber letztlich auch nur Spam sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Daten von Datenhändlern kommen. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsst ihr halt jede einzelne dieser Firmen anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus Hunderten von Datenbanken. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com slash CT3003 60% aufs Jahresabo. Also wenn wir jetzt hier von Smartglasses sprechen, dann ist das erstmal ein ziemlich konfuser Sammelbegriff, weil sich tatsächlich alle Brillen so nennen, die irgendwelche Technik eingebaut haben. Also so ne Meta Ray-Ban mit Zugriff auf Musik und KI, aber ohne Display, Brillen mit nem kleinen Display oder Brillen, die komplett einen riesen Screen vor dir aufziehen und richtig AR oder VR Content anzeigen können. Die Smartglasses, um die es hier in dem Video geht, sind alle als Ersatz für normale Brillen, also normale Korrekturbrillen gedacht, also für weit- oder kurzsichtige Menschen. Funktionieren aber natürlich auch mit Fensterglas, aber die Form entspricht halt der von der normalen klassischen Brille. Welche Technik da genau verbaut wird in diese Brillengehäuse, unterscheidet sich aber schon krass von Hersteller zu Hersteller. Das einzige, was wirklich alle gemeinsam haben, sind Mikrofone. Dann gibt es Brillen mit Lautsprechern, die als Kopfhörerersatz dienen sollen und den Ton so ausgeben, dass nur der Brillenträger selbst ihn hört, also wie bei der Vision Pro oder der Quest 3. Viele Smartglasses haben auch Kameras verbaut, die zum einen Fotos und Videos aufnehmen können, aber auch für Visual Intelligence verwendet werden. Also, die Brille sieht, was du siehst und beantwortet Fragen dazu. Einige Modelle haben aber auch ein kleines Display verbaut, aber selbst die unterscheiden sich extrem. Hier seht ihr mal einen Überblick über alle Brillen, die ich mir in dem Video angeschaut habe. Die Holiday AI-Glasses hat über dem Brillenglas im Rahmen ein kleines rundes Head-Up-Display verbaut. Das hat den Vorteil, dass normale Korrekturgläser eingesetzt werden können und das ganze Glas null technisch ist. Ich hatte die Brille jetzt nur ein paar Minuten lang auf, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Augenbewegung nach rechts oben auf Dauer anstrengend sein könnte. Und auch wenn dein Gegenüber die verbaute Technik gar nicht sieht, diese Augenbewegung halt schon. Kurzer Einschub, die Firma hat sich ja offenbar nach James Holiday benannt, einem Charakter aus Kenos Lieblingsbuch Ready Player One und das ist ja eine Geschichte, die von VR handelt und die Holiday Glasses haben halt gar nichts mit VR zu tun. Naja, okay. Die anderen Hersteller haben ihre Displays alle im Sichtfeld verbaut, heißt, wenn sich das Display aktiviert, dann sehe ich das direkt vor mir, beziehungsweise werden die Displays alle so dargestellt, dass sie etwa zwei bis drei Meter entfernt wirken. Bei Rookheat und der Even Realities G1 sind die Displays grün, das spart unter anderem Akku und sorgt für bessere Lesbarkeit in hellen Umgebungen. Bei der Rayneo X3 ist die Anzeige farbig und das Display soll auch bis zu 2500 Nits hell werden, statt den 1000 Nits, die die Mitbewerber angeben. Dafür ist die Brille aber auch ein gutes Stück klobiger als die anderen. Klar, allein für das Farbdisplay wird mehr Akkukapazität benötigt, aber die Rayneo X3 hat hier auch noch eine zweite Kamera für Umgebungserkennung eingebaut, damit sollen etwa auch Handbewegungen erkannt werden können. Hat bei der Demo aber noch nicht so wirklich zuverlässig funktioniert. Als Prozessor kommt bei fast allen Herstellern der Snapdragon AR1 zum Einsatz, der speziell für leichte Brillen entwickelt wurde. Diese Displays im Brillenglas sind natürlich nicht unsichtbar, also auch von der anderen Seite wird mein Gegenüber bei richtigem Lichteinfall definitiv sehen, dass da was im Brillenglas ist. Aber ich konnte bei keiner der Brillen jetzt wirklich feststellen, dass ich da was sehen würde, wenn die jemand mir gegenüber auf hat. Also die Displays sind auf jeden Fall eher unauffällig. Gesteuert werden die Smartglases entweder per Stimme oder über kleine Touchpads auf den Brillen bügeln. Manche Hersteller haben auch noch so Zusatz-Hardware gezeigt. Bei den meisten sind das so Ringe wie hier bei Halliday oder Rayneo, die zum Steuern der Brille verwendet werden können. Aber allein die Bedienung über Brillenbügel hat schon recht gut funktioniert. Alle Smartglases haben aber auf jeden Fall gemeinsam, dass sie auf KI setzen. Ist auch sinnvoll, da KI einzubauen, gar keine Frage. Man kann damit einfach ständig auf seinen persönlichen KI-Assistenten zugreifen. Also schon praktisch. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, die KI-Funktionen von Meta sind in weiten Teilen der EU, inklusive Deutschland, nicht verfügbar. Die meisten anderen Anbieter setzen deshalb auf OpenAIs GPT-Modelle. Bei den Chivon kann ich sogar zusätzlich Perplexity auswählen. Bei den Rocketglases läuft das große Sprachmodell Quen von Alibaba und Halliday hat auch ein eigenes KI-Sprachmodell entwickelt, extra für diese Brille. Aber egal welches Modell genau verwendet wird, die angebotenen Funktionen sind ziemlich ähnlich. Welches Modell welche Brille genau verwendet, blende ich euch jetzt hier mal kurz ein. Und über die verschiedenen KI-Modelle werden auch die Übersetzungsfunktionen auf den Smartglases betrieben. Ich glaube, das ist auch eine meiner Lieblingsfunktionen. Instant das übersetzt bekommen, was gerade zu einem gesagt wird. Und das hat auch echt gut funktioniert. Rokit bietet die Übersetzungsfunktion sogar offline an, bei den anderen funktioniert das nur mit Internetverbindung. Aber bei allen Brillen mit Display hatte ich quasi in Echtzeit eine gute Übersetzung direkt in meinem Blickfeld. Und klar, ich weiß, dass sowas wie Google Translate ja schon seit Jahren gut funktioniert, aber da kommt halt kein smoothes Gespräch zustande, weil man nach dem Sprechen immer abwarten muss, bis die Übersetzung da ist. Sehen zwei Menschen dagegen auf ihren Smartglases Untertitel, können die sich ganz normal unterhalten, obwohl sie die jeweils andere Sprache gar nicht beherrschen. Also zum Beispiel ich auf Deutsch und jemand anders auf Arabisch. Das könnte ein echter Gamechanger sein. Also sobald wir zwei Testgeräte hier haben, müssen wir das unbedingt mal ausprobieren. Problematisch wird es manchmal wohl, wenn viele Menschen durcheinander reden. Klar, das ist schwer, da dann die richtige Stimme herauszufiltern, aber bei meinen kurzen Tests auf der CES hat das immer relativ gut geklappt, wenn mein Gesprächspartner mir gegenüber stand. Und das Messegelände ist jetzt nicht gerade ein ruhiger Ort. Was auch noch im Rahmen von dieser Spracherkennung mit KI funktioniert, sind Voice-Memos, die dann auch direkt transkribiert werden. Und die Brille kann als Teleprompter benutzt werden. Da lädt man einfach einen Text ein und durch die Spracherkennung läuft der automatisch beim Reden mit. Hat auch bei den verschiedenen Brillen gut funktioniert. Eine andere Funktion, die ich auch gerne im Alltag hätte, Navigation. Also ein Ziel eingeben und dann direkt in der Brille sehen, wo ich lang muss. Bei den G1 klappt das schon einigermaßen gut. Also ich kriege hier die wichtigsten Infos angezeigt und wenn ich meinen Kopf leicht nach oben neige, eine volle Karte. Das würde dann auch ausreichen, um sich zurecht zu finden, aber es fehlt sowas wie ein Kompass, damit die Brille halt checkt, in welche Richtung du gerade läufst und nicht erst nach ein paar Metern auffällt, hey, du läufst in die falsche Richtung. Die anderen Smartglasses auf der CES haben auch eine optisch ordentliche Anzeige für Navigation, vor allem die Rayneo X3 mit dem Farbdisplay hat mir noch mal ein Stückchen mehr gefallen. Aber das Problem mit dem fehlenden Kompass dürfte die halt auch haben. Auch wenn ich die Navigation an sich leider nicht wirklich in der Messehalle ausprobieren konnte. Wie schon gesagt, Kameras sind mittlerweile in vielen Smartglasses verbaut. Ausnahmen in diesem Video, die G1 und die Hulliday AI-Glasses, die haben zwar Displays und Mikrofone, aber bei Hulliday hat man sich bewusst gegen eine Kamera entschieden. Ein Grund dafür ist wohl der Wunsch, dass die Brille wirklich nach einer Brille aussieht, hat mir dann ein Mitarbeiter am Stand erzählt. Klar, Kameras, die werden schon allein für Visual Intelligence benötigt, also erkennen, was da gerade vor mir ist und Fragen dazu beantworten, aber die machen auch Fotos und Videos. Ich habe jetzt leider keine ausführlichen Tests zu der Kameraqualität der einzelnen Brillen machen können, aber hier mal ein paar Bilder von der Meta Ray-Ban für eine kleine Kamera, die in eine Brille integriert ist, nicht schlecht. Und rein von der Kamera-Hardware sollen alle Modelle, die auf der CES gezeigt wurden, besser sein als die Meta Ray-Ban. Müssen wir uns dann aber natürlich nochmal in echt anschauen, wenn wir die in der Redaktion haben. Hier mal eine kurze Übersicht über die Megapixel, Videoqualität und Länge, die die einzelnen Smartglasses unterstützen sollen. Klickt einfach kurz auf Pause und schaut euch das in Ruhe an. So, nervig im Vergleich zum Fotografieren mit Smartphone oder Kamera. Du kannst bei den Brillen halt nur auf Auslösen drücken. Auch die Modelle mit Display haben keine Möglichkeit, irgendwie die Belichtung oder sonst was krass anzupassen. Dafür hast du diese Kamera in der Brille halt wirklich immer dabei. Aber dein Smartphone ja eigentlich auch. Also ich bin gespannt. Genauso gespannt darauf, wie die Gesellschaft diesmal reagiert. Erinnert ihr euch an die Google Glass und den Begriff Glasshole, weil damals, also so vor zehn Jahren, eine Massenpanik ausgebrochen ist, dass wir jetzt immer und überall gefilmt werden. Ja, vielleicht ist das jetzt aber auch ein bisschen mehr akzeptiert, weil das ja de facto mit dem Smartphone auch schon so ist. Also so richtig erkennen, ob sich da jemand gerade aufnimmt, tust du bei den Smartglasses nicht unbedingt. Aber bei einem Smartphone halt auch nicht immer. Was meint ihr denn dazu? Also sollten diese Brillen in Deutschland so richtig krass rot leuchten müssen bei einer Aufnahme? Oder ist das halt mittlerweile einfach so, dass überall Kameras sind, die potenziell aufnehmen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Würde uns echt interessieren. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Was kostet das eigentlich? Die Even Realities G1 könnt ihr ja schon kaufen in Deutschland. Da zahlt ihr 699 Euro. Zum Vergleich, die Meta Ray-Band Smartglasses ohne Display kosten 329 Euro. Die Lomos Smartglasses auch ohne Display, die ja direkt mit den Meta-Glasses konkurrieren sollen, könnt ihr auf Kickstarter bis Mitte März backen. Danach sollen die 299 Euro kosten. Die Halliday-Glasses mit dem runden Display oben haben auch schon eine laufende Kickstarter-Kampagne. Bis zum 8. März könnt ihr für 400 Dollar backen. Später sollen die Halliday-Glasses dann 479 Dollar kosten. Rocket hat sich noch nicht genau zum Preis geäußert. Vor der CES standen wohl etwa 345 US-Dollar im Raum. Verkauft werden sollen die Rocketglasses im zweiten Quartal. Die Rayneo X3 mit dem Farb-Display hat noch keinen genauen Preis, soll aber Mitte des Jahres für unter 1500 US-Dollar auf den Markt kommen. Vorbestellen könnt ihr aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ja, und wenn ihr euch jetzt eines der Modelle genauer anschauen wollt, haben wir natürlich alle in der Beschreibung verlinkt. Mein Fazit. Langsam tut sich da was bei den Smartglasses und es fühlt sich einfach richtig futuristisch an, so nebenbei Dinge in sein Sichtfeld eingeblendet zu bekommen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der die G1 Smartglasses schon seit mehreren Monaten täglich im Einsatz hat und der meinte, dass vor allem diese beiläufigen Benachrichtigungen, wenn man gerade die Hände nicht frei hat, noch mal deutlich angenehmer sind als auf der Smartwatch. Und die Möglichkeit, fixe Notizen ins Dashboard einzublenden, ist im Alltag wohl auch praktisch. Diese Notizen sieht man dann immer, wenn man den Kopf leicht hebt. Aber es fühlt sich halt auch noch ein bisschen so an wie die ersten Generationen der Apple Watch oder von früheren Android Wear Uhren. Die Brillen sind größtenteils noch sehr vom Smartphone für die Rechenleistung abhängig und dadurch natürlich langsamer und unflexibler wie so eine LTE Smartwatch. Aber genauso wie bei den Smartwatches dann von Jahr zu Jahr alles besser wurde, glaube ich, das wird halt jetzt bei Smartglasses auch so. Das heißt, bis Smartglasses von der Schwuppdizität her mit Smartphones oder Smartwatches mithalten können, wird noch eine Zeit vergehen. Aber die Geschwindigkeit der G1 hat mich tatsächlich gar nicht so gestört. Da hat alles ziemlich flüssig funktioniert. Also Kopf anheben und im nächsten Moment ist das Dashboard sichtbar. Was mir bei der G1 aber schon fehlen würde, wären im Alltag Lautsprecher und Kameras. Klar, das macht die Brille dann wieder dicker und weniger klassisch brillenmäßig. Aber das ist ja irgendwie auch so ein unique selling point, dass die Brille alles aus deiner Perspektive sehen und aufnehmen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das die echten Anwendungsfälle im Alltag deutlich erhöht, wenn ich jetzt eine Rayneo oder Rocket Glasses eben mit Kamera habe. Dafür hat mir das Display bei der G1 aber besser gefallen als bei allen Mitbewerbern auf der CES. Das ist natürlich immer etwas sehr Persönliches, wie die eigenen Augen etwas wahrnehmen, aber bei den anderen Modellen auf der CES hatte ich teilweise Probleme, weil meine Augen die Displays immer wieder mal doppelt gesehen haben und nicht als eine Anzeige. Aber bei der G1 hatte ich nach dem Ausprobieren auf jeden Fall ein bisschen besseres Gefühl, was das Display angeht, als bei den Mitbewerbern. Aber auch ganz wichtig, bis auf die G1 waren alle smarten Brillen vor Serienmodelle, auf denen auch nur Beta-Software lief. Also eine finale Aussage, diese Brille ist gut, kann ich jetzt ehrlich gesagt auf Grundlage von den paar Minuten tragen, natürlich nicht treffen. Aber mal ganz grundsätzlich, die Brillen, die dieses Jahr auf der CES gezeigt wurden, waren deutlich weiter als letztes Jahr und spätestens, wenn die ersten Modelle wirklich auf den Markt kommen, werden wir die uns auch ganz sicher noch mal genauer anschauen. Was meint ihr? Habt ihr Bock auf das Thema? Sollen Keno und ich mal länger solche Smartglases im Alltag ausprobieren? Also ich würde vor allem echt gerne mal sehen, wie gut das funktioniert, wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Sprachen beide so eine Brille tragen und sich unterhalten. Und natürlich, was müssten Smartglases können, damit ihr euch welche kauft? Schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich gerne abonnieren. Tschüss!